Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, wir pressen noch weiter unsere Ballen. Ganz entspannt. So, dann wird die 14 wird aktuell gemäht, 13 Maisaussaat, 3 wird bepflanzt. So. Ja, sind wir so im April, Juli und Oktober. Hier ist unsere Graszeit. Da müssen wir halt schauen, dass wir das Gras für unseren Jahresbedarf reinholen, in drei Ernten. Ja, das wird immerhin spannend. So. Letzte Bahn und dann geht's ins Vorgewende. So. Jawohl. Jawoll. So, dann haben wir hier die ein bisschen im Weg. Jetzt nicht mehr, haben wir sie schön weggeschoben. Ja, weit. Ja, hier die Außenbahnen sind alles nicht so schön. Müssen wir immer so ein bisschen hinterher, nebenher drum herum fahren. Schauen wir mal. Ah, das gehen wir hin. Dann gibst du mir halt auch ein bisschen im Weg. So. Passt. Einmal schön ein bisschen pressen. Mal schauen, dass wir hier ein bisschen Nachtes mitnehmen. So viel wie möglich immer mitnehmen mit der Presse. So. Da wir ja selber fahren. Anlieferung BGA. Dann stellen wir uns mal um auf Feld 14. Oh, das war ein wenig spät. So. Haben wir jetzt auch hingekriegt. Genau. Jetzt gehen wir gleich ins letzte Vorgewende. Und dann läuft das. Und dann läuft's. Also clips. Die Kurve haben jetzt sehr gut geklappt. Die Kurve eigentlich auch. Hier die Stelle, wo wir uns festfahren. Mit dem Big M. Weiter geht's. Da. So, das fällt ja gleich so weit, dass wir da einsammeln könnten. Beziehungsweise rüberfahren. So. Wunderschön. So. Er erledigt. Und der darf loslegen. Der ist soweit repariert. Dann können wir mal die Spritze wegstellen. Und einen dünge Strecker holen. So. Genau. Aber da müssen wir natürlich noch unseren Sensor dran machen. Den wir hier drin stehen haben. So. Passt. Okay. Die Walzen ist beendet. Fangen wir hier mal auf den Parkplatz. Und tun dann den Feld 10 Kurs laden. Kurs laden. Kurs laden. Düngen. So. Der ist auch soweit fertig. Der darf dann zur 13 fahren. Unser Vario ist angekommen. Können wir hier gleich weitermachen mit dem Pressen. Lohnzahlung 10,50. Passt ja. So. Dann geht es hier los. Big Aim ist glaub fertig. Dann darf es zur Werkstatt fahren. Und wir bringen hier das Wasser dann zur Molkerei. Mal ein bisschen Abwechslung zwischendrin haben. Und nicht nur stumpfes Pressen, Pressen, Pressen. Ich kann das mal nachvollziehen. Aber dann die Krücher kommen. Ich kann das mal noch mal auf die Zuckerfabrik. Und ich will übernommen und nachvollziehen. Ja gut, da geht schon einiges rein Produktionen, Zuckerfabrik, Wasser abladen So, aber theoretisch können wir hier dann eine neue Kategorie machen und zwar nennen wir die einfach Wasser So, machen wir uns hier Standard auf und die Produktion So, Klärwerk abholen Das muss man so lassen Molkerei flüssig abladen Schieben wir hoch in Standard Särgewerk Ach, Labor und Malzfabrik haben wir noch gar nicht eingefahren Ne, haben wir noch nicht eingefahren Zellstoff, Wasser Okay, das können wir jetzt nach unten schieben Zuckerfabrik, Wasser abladen Schütgut laden Zucker verüben Zellstoff, Wasser Dann machen wir hier alle zu Okay, Wasser abladen Zack Das heißt, haben wir auf jeden Fall Oh ne, das will ich ja gar nicht machen Passt Aber gut, meine Freunde Das wär's gewesen für diese Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, lasst einen Daumen da Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Ciao, ciao 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 Vielen Dank.